Nur Busch, Busch, Busch hier weg mit dem ganzen Busch, ich sehe doch nichts, ich muss hier arbeiten, ich sehe. Ich fahre jetzt gleich mit meinem Zug hier vor, ich bau mir jetzt hier gleich eine Station auf. Ich denke wir machen einen Zug, der beide Herzfelder abklappert, wie da oben, das eine Feld belädt die hinteren beiden, das andere Feld die vorderen beiden. Das ist jetzt, achso der hat geschlafen, dachte schon der hat, geht's euch mehr? Jetzt oder geht's euch mehr? 42 Schienen fehlen, ok. Kein Problem, wir nehmen uns ein paar von diesen Pflanzen, die hier hin. Na komm, ganz da hin. Da kommen nämlich jetzt gleich Lasertürme hin. Dann stellen wir unseren Geschützwagen hier hin und dann kann das sicher einen Spaß machen. Läsertürmchen. Ja. So. Das wird ein Spaß. Lala. Das ist selbe hier. Das sieht lustig aus. Künstlerisch, künstlerisch, sehr begabt, sehr begabt. Während der Wagen dann hier schießt und es freiräumt und mit der automatischen Reichweite gehe ich mal kurz Zeug holen. Dann müsste er nebenbei ja neben mir da sein. Das mache ich quasi wieder in der Beschleunigung. Kumpfer hier ist natürlich auch schön, ne? Wie ist denn das? Ach, 1,6 Millionen. Das ist ja eher so mittelprächtig, ne? Mit so wenig geben wir uns inzwischen schon nicht mehr zufrieden. Ja, vielleicht werden wir auch da... Ne, ich werde, glaube ich, mit zwei Zügen arbeiten. Jedes Feld kriegt in irgendeinen Zug. Weil die so eine weite Strecke zu absolvieren haben. Die müssen ja ziemlich weit fahren. Das heißt, es dauert lange, bis die hin und her gefahren sind. Ja, viel Spaß mit dir. Ja, kümmer's. Mach mal los. Ich gehe der Weile Zeug holen. So, bis gleich. Bis gleich. So eine schöne Panzerschneiße da. Das sind noch Artefakte von vergangenen Tagen von uns. Oh Gott, das ist, nee, das sind tatsächlich solche Minzdinger. Ich guck mir das andere auch gleich nochmal an. Da ist zwar relativ viel drin, ja. Also dafür, wie klein die sind. Ich will jetzt mal, nee, dass ihr das falsch versteht. Die Dinger sind klein. Deswegen wollte ich die wahrscheinlich auch so ewig nie anschließen. Dann kriegst du ja nie so viele Herzfüllerer drauf. Alarm. Das ist halt nicht so viel. Vielleicht reicht uns doch ein Zug. Sollte ich das erst mal mit einem Zug versuchen? Kann ich machen, sonst kann ich dann auch einen zweiten, äh, der genauso agiert. Einfach hinterher schalten, das geht ja. So, du bist fertig. Denkst du zumindest. Bist aber überhaupt nicht fertig. Hier, halt die weg. Da kannst du auch wegmachen. Hallo. Da. Ich weiß gar nicht, warum man das manchmal nicht, scheinbar nicht macht. Ob ich nicht richtig drücke oder, hm. Ich weiß es nicht. Einmal skämisch. So, ja, weg da. Da unten, die können wir auch wegmachen. Machen sie nämlich keinen. Äh, okay, ja, ja. Gleich, wenn ich mich hier aufbaue. Ich muss die natürlich erst mal wegschießen. Weil die kommen ja jetzt angerannt. Nee, dass sie mich über den Haufen rennen, während ich da gerade irgendwas aufbauen will. Das wäre auch nicht so praller. So, und das Ding hier noch. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schuss der noch hat. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Der würde dann gleich leer sein. Höchstwahrscheinlich. Oh. Ah, das kommt noch weg. Das ist auch eine Million. Das ist auch nicht viel. Da unten. 33 Millionen. Da wollen wir hin. Da müssen wir hin. Das ist der heilige Grade quasi. So, wie sieht es hier aus? Kriegt man auch noch weg hier das Nest. Sollten wir das vielleicht auch machen. Guckt gerade mal nach, wie viel Munition da noch ist. Ja, 60 Schuss noch. Das kann man denn eigentlich wegmachen. 60 Schuss ist natürlich sehr gut hier. Das kommt weg. Kommt der da weg? Der da. Hallo. Da kommt wieder dieses, also nee, den Klicken, den nimmt es scheinbar. Keiner weiß warum. Ja, kommen die Gegner und Randall, der da rum. Mein halt. Der kriegt man auch weg. Finde ich auch gut. Machen wir das doch. So. Alles hier großzügig wegbomben. Er ist noch einer. Weg da. So, wie viel Schuss noch? 44. Da geht noch was. Ähm, Reparaturpakete. Elf Stück, ja wunderbar. Das läuft auch. Halt jetzt gerade hier unten. Hier ist aber noch einige stehen geblieben, oder? Da habe ich aber nie gut gezielt. Oder hat er das selbstständig gemacht? Das ist natürlich jetzt die Frage. Vielleicht hat es das... Vielleicht war das noch gar nicht aufgedeckt. Versus nicht. Das sind auch zwei stehen geblieben. Ja, so. Hier steht auch noch was. Der da kann weg. Der da kann auch weg. Die Beden haben wir in dem Fall auch noch nie gesetzt. Den da noch nie. Die müssen auch weg. Okay. Den hier überall noch, äh, Würmerkloppe rum. Aber die Würmer sind ja nicht so ganz so schlimm. Puff. Pum. Bist du weg? Du bist weg, okay. Ja. Hier nochmal einer rein. Mitten in die Mitte. Ja, ich würde sagen, das war schon jetzt. Na, hat er es nicht getroffen? Doch, okay. Ja, sehr schön. Nee, ich schieße da jetzt noch ab, genau. Habe ich den hier nicht in Auftrag gegeben? Oder war das bloß ein Sammelpunkt? Kann sein, dass das jetzt bloß ein Sammelpunkt war, den ich da jetzt nochmal sage, was er drauf schießen soll. Holy Moly. Wir werden angegriffen. Aber die Lasertürme, wir machen schon gut was her. Ich meine, es sind ja jetzt so ein paar Stück hier. Acht. Acht Granaten haben wir noch. Wie ist der denn jetzt wieder ab? Ach ja, automatische Reichweite. Hat sich ein neues Nest gegründet oder was? Was denn das, ey? Ja, da haben die ein neues Nest gegründet. Das ist ja cool. Gleich weg damit. Schön. Bittig gut. Gut. Ich würde sagen, das ist hier in Ordnung. Dann bauen wir mal weiter an der Strecke herum. Ähm. Machen wir das am besten? Das ist jetzt die Frage, ne? Theoretisch könnte das jetzt hier hoch und runter gehen. Äh. So. Geht das hoch und runter? Halt. Ne, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Ich bin empfindsam. Ja, und meine Roboterfreunde auch. Ne, weg da. Ja, genau. Hier, nehmt mal die Lasertürme. Die mögen das. Ich hab nämlich nicht mehr so viele Schilder. Die hauen jetzt schon ganz schön rein. Drecksäcke. Fauen da die ganze Zeit neue, neues Dorf. Versuchen die zu bauen. Hier, komm. Sag mal denen mal, dass das so nicht geht. Wie viele sind denn hier? Ach, ich hänge fest. Geh aus dem Weg. Dankeschön. Nicht so viele Gründe dabei. Das ist ganz gut. Alle, alle machen Schaden. Hier werden jetzt keine Nester mehr gebaut. Vorbei. Das ist aus Ende. Okay. Dann machen wir den Bahnhof. Achso, ja. Die wollen da hin. Das ist okay. So. Hier freiräumen. Das ist unser Eisenerz. Das ist jetzt nicht unser einzig Wahre ist. Aber immerhin. Oh, 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 oh. Wie kommt der Bahnhof hier hin? So in dem Falle irgendwie. Oder mal ehrlich. Dann. Da kann ich jetzt mal nochmal mit dem Geisterding machen. Bup, 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 bup. Machen wir so. Und so. Ja, wunderbar. Hübsch. Not bad, not bad. Diesmal ging es gut. Diesen komischen Geister. Blueprint. Ähm. Wir brauchen einen Bahnhof. Hier unten hin. Genau. Ähm. Beladen wir bei dem die vorderen beiden. Und unten dann die hinteren beiden. Okay. Dann können wir den Zug aber schon mal hier hinsetzen. Dann wissen wir wenigstens, wie wir stehen. Ich habe keinen Brennstoff mitgenommen. Jugo. Ja gut, die müssten theoretisch, könnte ich die auch mit Holz beladen, ne? Muss ich mal kurz Autoabfallholz ausmachen. Der nehme ich hier 50 Holz. Und der hier auch nochmal 50 Holz. Soll der erstmal mit Holz fahren. Das geht jetzt nicht unbedingt super schnell. Aber. Sollte reichen. So. Hier rum. Bauen wir jetzt hier die Dinger drauf. Wo sind sie denn? Hier so rum. Oder von oben. Von unten nach oben. Dann nach unten. Ich würde sagen von unten nach oben. Und dann nach unten. Komisch, ne? Könnten wir so machen. Bis hier so. So. Machen wir mal. Machen wir mal so. So. Alle drei. Alle drei. Das reicht nicht ganz. Hier müssen wir nochmal welche hin. Oh. Hier ist ein bisschen zu viel Zeug da. Dann weg. Hoch weg. So. Hier haben wir alles. Hier haben wir nicht ganz alles. Die setzen wir jetzt einfach manuell. Wo sind sie? Kacken Dinger. Man sieht's nicht. Ärgerlich. Der Drecksäcke. Ja. Wohin geht denn das? Ist so komisches Sticky-Zeug. Das man nischtet. Ärgerlich. Module noch rein. Bop, 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 bop. Okay. Das ist es eigentlich. Ey. Guck mal. Wir haben sogar vier. Hier Zuläufer. Macht aber nischt. Und wir machen nämlich jetzt hier einfach so. Dann diese hier. So. Ja. Komm. Und dann so. Ich denke mal. Das sollte eigentlich reichen. So. Dann ist es hier eigentlich halbwegs gemischt. So viel wird das ja nicht produzieren. Das hat man ja schon festgestellt. Das ist ja hier alles so. Warte mal. Was. Irgendwo. Da hin. Die obere Hälfte. Brauchen wir ne. Weg. So. Ich brauche einen arithmetischen Kombinator. Ich brauche 24 Kisten. Eigentlich brauche ich bloß 12 Kisten. Aber ich kann ja die anderen vier da unten auch schon mal mitbauen. Das macht ja jetzt nichts. Wie gesagt. Den hier ändern wir auf 12. Aber mehr sind es ja nicht. Die sind schon richtig eingestellt. Oder? Glaubt man zumindest. Beim Ausladen klappt es ja nicht so. Naja. So. War. Das sollte gehen. Dann noch die Verteidigung hin. Hier ist es ja. Verteidigung so. Den noch ein Beier raus. Sag mal so. Wenn wir hier ein bisschen mehr brauchen, ist jetzt ohne so schlimm. Hier gucken wir mal. Fein, 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 fein. Fast. Hier passt jetzt nichts mehr hin. So richtig. So mal gucken. Die schließe ich dann noch irgendwie an. Und ne Mauer kriegen die auch noch irgendwie. Muss ich aber mit der Hand machen. Und hier runter damit. Hä? Wo bin ich? Ach, ich bin draußen. Ich dachte, ich bin in der Mauer. Kann man sich irren. So kann man sich irren. So. Aurook, fertig. Ah, 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 ahm. Hier muss der Busch weg. Damit ich die Ecke zumachen kann. Wir haben auf jeden Fall noch genug Zeug mit für den anderen Außenposten, denke ich. Das sollte passen. Wiss ich nicht, ob ich den jetzt hier an halb nenne. Ah, ahm. Ah, ja, ihr habt ein Kind Strom gleich. Wie ist es? Wie mache ich mich noch drum? Machen wir mal hier so. Ja, das ist. Ist so super optimal. Aber es wird schon gehen. Bringen wir mal Strom ran und gucken mal, was passiert. Ah, ah, ah. Ja, muss ja eigentlich bloß noch hier hin. Ah, Strom. Hallala. Ne, doch ne. Hier ist noch Mangel. Und ich sehe auch gerade, dass es mit den Masten nicht reichen wird. Ich habe bloß noch 24 mittlere Masten und ich muss ja unten noch ein ganzes Feld anschließen. Das werden wir nicht schaffen. Das hier sieht aber schon mal gut aus. Das hier stockt nicht. Das wird gleichmäßig aufgeteilt. Cool, doch, das stockt. Hier stockt schon. Warte mal, da können wir aber nochmal... ...und Trick 17 hier. Dann kommt da nochmal ein bisschen mehr rein. In Ordnung jetzt. Das müsste jetzt theoretisch da auch nochmal passieren. Jetzt stockt es nämlich nicht mehr. Stockt es da halt. Na ja, komm. Komm mal hier auch nochmal. Ach ne, können wir nicht. Aha. Gehen. Liegt mehr. Kein Platz mehr. Für so einen Unsinn. Und jetzt natürlich... ...das hier ist auch interessant, ne. Das ist alles sehr interessant hier. Macht das nicht nach. Das ist... ...alles sehr merkwürdig. So. Keine Ahnung, was das jetzt hier gebracht hat. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Ne, hier das ist nie lustig. Weil das klappt so nicht. Das muss ins weiter. Sonst funktioniert das nie gescheuert. Der füttert sich ja selbst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da nicht so. Ich würde sagen, das geht. Hier ist ziemlich gleichmäßig und gleich voll. Okay, unsere Dinger sind hier auch voll. Also, den Bahnhof können wir noch benennen. Eisenposten 9 sind wir. Posten. Fünf. Okay, und unten ist dann Eisenposten 9.0. Das wird gut. Ah, hier fehlt ein Ding, warte. Ja, knallt es noch hin. Okay, dann machen wir jetzt hier mit dem... ...den Schienen nach unten. Okay. Ja, wo ist es denn hier? Komm, komm her. Sieh zu. Was ist denn das? Manchmal... ...machst du dich aber lächerlich. Hier. So, wunderbar. So, wohin mit dem Klavier? Noch weiter runter. Oh, das können wir wahrscheinlich gleich so lassen. Dass er dann hier einfach eine Drehung macht. Und fertig ist der Lack. Ich denke, das wird gut. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich sehe jetzt hier gar nicht, was hier ist, weil... ...nur Forest ist. Nur Busch, Busch, Busch. Hier, weg mit dem ganzen Busch. Ich sehe doch nichts. Ich sehe hier arbeiten. Ich sehe. Weg, 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 weg. Sehr schön. Ach, mit so vielen Robotern, das ist schon super. Das war eine gute Entscheidung. Aber nicht mehr viel... ... ... Jetzt kann man noch einen schönen Kreisel mit dem Ding machen. Das finde ich gut. Das hier sollte ja jetzt funktionieren, oder? Man sieht es nicht. Nur Busch. Busch, geh weg. Immer noch nicht, voll lauter Busch. Der Übergang sieht ja nämlich ein bisschen fritzig aus. Jetzt ist er gut. Okay. Dann können wir jetzt hier am Bahnhof hin. Kanal an. So, am Bahnhof. Sag mal hier hin, ist ja wurscht. Den nennen wir... ...Eisenposten. Eisen. Null, um genau zu sein. Am besten. Okay, der Zug da oben. Äh, ich habe kein Radar hingesetzt. Dann nochmal hoch. Fahr dann gleich mit dem Zug runter. So, hier natürlich ein Radar noch. Wenn wir schon mal hier so weit draußen sind, dann muss da auch ein Radar hin. Hopp, wunderbar. Okay, du... ...du wohnst bei Eisen-Außenposten... ...bei Eisenposten 9.5-Eisausstoß. Dort du machst du bis... ...Bracht. Eisenerz. Ist gleich... ...4000. Festlegen. Das sollte jetzt auch erfüllt sein. Weil das ist, glaube ich, voll. Wenn das erfüllt ist, dann gehst du zu Eisenposten... ...0.9. Bis Inventar komplett voll. Und dann gehst du... ...Eisenerz ausladen. Bis Inventar leer. Automatisch. Ich schalte den jetzt gleich nochmal aus, nicht, dass er fortfährt. Während ich da am Arbeiten bin. Äh? So. Brauchen wir hier die hinteren Reihen. So. Hinteren. Wir nehmen das hier wieder weg. Sehr klar. Brauchen wir nicht. Ah, hier der arithmetische. Moment. Ja. Da hin. Den müssen wir auch wieder umprogrammieren. Auf 12. Ja. Ja. Ey, 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 ey. Hallo. 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 Jetzt. Okay. Gut, die Tastatur dafür denn nehmen. Aber dann muss ich mich wieder so umlehnen. Mikro voll im Weg ist. Sag ich nicht. So, wir müssen... So sollte das eigentlich reichen. Ich glaube, der ist genauso klein wie der andere. Ja, das ist so ziemlich genau dasselbe wie das andere. Hier sind noch ein paar extra, extra blatt. Hat auch gerade so gereicht hier mit diesen komischen... Eins, zwei, drei. Das reicht ja schon. Hat allem gerade so gereicht, wenn ich mir das angucke. Naja, gut. Hier in diese Richtung. Dann hier hoch. Hier, das können wir abbauen und hier drauf. So, wunderbar. Das hier ist ja der kleinste. Der kriegt eher am wenigsten. Dann haben wir genau drei. Wie man die drei jetzt auf zwei aufteilen. Ich habe keine Ahnung. Hat man da nicht einen gemacht? Ein Blueprint? Was ist denn das hier? Nee, das ist ein Acht auf irgendwas. Das ist es. Ah, warte mal. Wir gingen drei auf zwei nochmal. Ich habe nämlich das Wiki gerade nicht offen. Kann ich nachgucken. War das so? Ich glaube, das war so. Warte mal. Dann hier so. Ich glaube, so hier. Warte mal. Bin gerade am Probieren. So. Das müsste so sein. Der macht hier rein. Der macht hier die Drehung. Macht er. Der macht da rein. So ungefähr. Müssen wir uns nach rechts setzen, glaube ich. Irgend so was habe ich im Kopf. Wurde wahrscheinlich nicht stimmen. Bestimmt irgendwas falsch. Ich glaube, das ist bestimmt irgendwas falsch. Also würde mich bei mir einfach anders sein. Bis zum nächsten Mal. Got5-ocking- mel Institut mir. Und worms. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. burgh Tschüss. Vielen Dank.